Das Spiel erinnert mich natürlich sehr gut und auch an das Tor, der Kopfball. Ich habe gefühlt fünf Minuten den Ball hinterher geschaut, um zu sehen, geht er rein, geht er an den Pfosten. Dann war er drin und dann bin ich einfach losgelaufen. Ich wusste dann auch nicht mehr wohin, bis mich dann irgendwann die Mädels aufgehalten haben. Sie sind 14. in der Saison und Frankfurt liebt das Finale. Es war schon ein ganz besonderes Spiel, weil es das Champions League-Finale war. Meine erste Champions League-Saison und dann direkt im Finale und dann natürlich noch in Deutschland, in Berlin. Es war natürlich phänomenal, weil einfach auch Familie da sein konnte und das einfach so eine Art Heimspiel war. Vielen Dank.